Herzlich willkommen zum heutigen Kick-Off von DIGI Schuku MPK, ein Akronym, was sicherlich alles andere als besonders gut auszusprechen ist. Es geht bei unserem Projekt um die Professionalisierung des pädagogischen Personals und es geht um die Weiterentwicklung der Schulkultur durch multiprofessionelle Kooperation. Wir haben uns überlegt, dass es in dieser Theologie vor allen Dingen darum geht, dass die pädagogischen Professionellen, also die Lehrkräfte und die Ganztagsmitarbeiter, insbesondere die Frage der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in ihrer gemeinsamen Arbeit in den Blick nehmen, also Heterogenität sensibel. Also unsere Grundannahme war, dass Schule in innerschulische und außerschulische Interaktionsgeflechte eingebunden ist. Und Gegenstand der multiprofessionellen Kooperation ist die Erprobung von digitalen Tools, die für die Aneignung von Sozialräumen nutzbar gemacht werden sollen. In den Schulen gemeinsam wollen wir die Schulen unterstützen und gucken, was sind denn da eure Bausteine und wie können wir euch da unterstützen und wie könnt ihr Daten systematisch nutzen. Und wir sind sehr gespannt, eben weil wir so ein tolles Team haben und Julia Gerig auch einfach ihre Expertise mitbringt. Ja, jetzt rede ich viel zu lange am Morgen. Also unser Ziel ist mit sechs Schulen an zwei Standorten, wo in Osnabrück eine Schulkultur des selbstregulierten Lernens aufzubauen, zu entwickeln und vielleicht auch zu implementieren. Auf Basis dessen, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gebaut haben und ausprobiert haben, wo wir mit den Schulern halt eben gucken, wie könnte so eine Kultur aussehen. Und es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass wir hier ein ziemlich gigantisches Projekt vor der Brust haben. Ungeheuer reizvoll, spannend und ich kann sagen, ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit euch erstmal. Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank.